Turing. Dieser Name sagt den wissenschaftlich Interessierten unter euch bestimmt etwas. Alan Madison Turing, 1912 in London geboren, ist dafür bekannt, während des Zweiten Weltkrieges die sogenannte Turing-Bombe entwickelt zu haben. Diese machte es möglich, in kürzester Zeit die Funksprüche der deutschen Luftwaffe zu entziffern. Ich möchte euch heute mehr über seine Arbeit und sein Leben, das ein trauriges Ende nehmen sollte, erzählen. Bereits im jungen Alter war auffällig, wie spielend leicht Turing mathematische Aufgaben mit hohem Anspruch fielen. Mit 16 Jahren öffneten ihm dann Einsteinsarbeiten die Türen zur Wissenschaft. Von dort an studierte er Mathematik und wandte sich immer komplexeren Fragen zu. 1936 entwickelt er die Turing-Maschine. Dieses Konzept bietet die Grundlage für den Computer, wie wir ihn heute kennen. Darauf aufbauend hat er ebenfalls den Turing-Test entwickelt. Dieser soll nachweisen, ob Maschinen denken können. Künstliche Intelligenz ist also nicht erst seit dem 21. Jahrhundert ein Thema. Eines der ersten Schachprogramme geht ebenfalls auf ihn zurück. Im Jahr 1952 wandte er sich einer anderen Leidenschaft zu, der theoretischen Biologie. Im gleichen Jahr wurde die Beziehung von ihm zu einem anderen Mann öffentlich. Da Homosexualität damals unter Strafe stand, wurde er zu einer chemischen Kastration verurteilt. Diese Hormonbehandlung nahm ihn körperlich so stark mit, dass er weder seiner Arbeit noch seinem Hobby, dem Marathonlauf, nachgehen konnte. Er entwickelte eine Depression und nahm sich 1954 im Alter von nur 41 Jahren das Leben. Zu Lebzeiten bekam er nie die Anerkennung, die ihm gebührte. Seine Arbeiten im Zweiten Weltkrieg mussten jahrelang unter Verschluss gehalten werden. Ebenso ist Homosexualität bis heute nicht vollständig entstigmatisiert, weswegen ihm seine Arbeit noch aberkannt wurden. Wir möchten ihn für seine zukunftsweisenden Erfindungen ehrenhalten. Falls ihr mehr über die Turing-Maschine und ihre Funktionsweise erfahren wollt, lasst doch gerne einen Kommentar da und ich werde näher darauf eingehen. Bis zum nächsten Mal.